hallo freunden und willkommen zu einem neuen call of duty black ops 4 video hier auf meinem kanal und zwar neues update ist draußen 1.07 was alles dabei ist weiß ich noch nicht ich ob den black ops passt noch nicht aber jedenfalls ist doppel xp zeit es werden mit sicherheit neue anzüge also neue tarnungen kommen für waffen neue waffen nicht wissen was sie getroffen hat und ja jetzt lasse wollte ich eigentlich gar nicht spielen jetzt muss ich halt nur noch einmal verwecken danke guck mal jetzt mal wie das ist mit dem agent mode für die titan richtig nice unterdrücker also unterdrückt feinde die sich in der nähe unseres kugelhagels befinden das heißt die gehen dann auch mit drauf das hört sich schon mal nice an gucken ob das auch sowas bringt wenn ich nicht grad von hinten geholt werde von einem fenster camper muss das ernsthaft sein dann noch auf dieser mail ja man diese peter von überall hinten vorne links rechts lass mich doch auch mal hier ein er so ja den haben wir ey mann dreckiger fotzkopf alter ohne scheiß kann ich gar nicht ab sowas kann ich gar nicht ab sowas neee 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 Gucken ob ich überhaupt mit dem Standard Scope hier klarkomme. Ziele werden markiert. Ey Leute, das macht doch kein Fun, außerdem ist die Runde jetzt sowieso schon gelaufen. Es steht 64 zu 74. Das war richtig asin. 3 zu 7, Alter. Wir nehmen auf jeden Fall einen Lobbywechsel vor. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier unterreichen, wie viel man verdrückt hat. Jedenfalls ist Submet eine tausendmal geilere Map als Arsenal. Ja, so ein blöder Wichser. Sorry für den Ausdruck. Wir haben den Ausdruck. Ah klar, mitgenommen den Vogel. Hat er sich so gedacht? Sind hier nicht bei Wünschtirats? Was manchmal auf mich aufzudrückt. Ey, was ist das denn? Ich aime doch voll drauf. Der kann doch nicht 200.000 Kugeln schlucken. Was ist denn das, Alter? Ja, der ist weg. Oh Mann, da werde ich wieder von hinten geholt. So ekelhaft. Ey Mann, ihr scheißverrurten Camper, Mann. Scheiß, Lackaffen, ey. Ey, du Hurensohn, Alter. So ein hessiges Stück Scheiße, Mann. Jawoll, den haben wir auch geholt. Sehr schön, gleich noch ein Sternchen bekommen. Jawoll, Alter. Haben uns erst mal zwei Stück da weggeholt. Gefällt mir. Nicer Doppelabschutz. Und wieder zwei. Alter, der Unterbrücke ist ja mal richtig nice. Ey, verdammt. Wieder von hinten. Dieser blöde Hund, Mann. Ja, Junge. Machst du es bei dir zu Hause genauso? Das ist ja ein Fotzkopf, ey. Kann nix, aber Lümmel bei ihm. Ja, Mann, mit Turn-On. Junge, du kannst nix. Hau ab, Scheiß, Götter. Nicht, dass ich was gegen Hunde habe, aber in dem Spiel schon. Taktik-Einstieg wird benutzt. Gefahr in der Leben. Weil dieser Hund einfach nur übel overpowered ist. Komm her. Na, gefällt dir deine Medizin? Hm, gefällt sie dir? Oh, ne hässlige Peniskuppe, ohne Witz. Du blöder Lappen, Alter. Ey, Mann. Ja, gut. Den Kill haben wir noch bekommen. Den auch. Den haben wir uns auch wegwollt. Niederlage, aber... Oh, Füllstimm 15. Ja, gar nicht so schlecht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier mit dem Agent-Mond. Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt. Kostenlos abonniert, die Glocke aktiviert, um kein Content mehr zu verpassen. Wir sehen uns. Haut rein. Wir sehen uns. Wenn du nicht lustig. Not ending. Wir sehen uns. Bild, wenn ich nicht entspr impression hisah, Untertitelung des ZDF, 2020